Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbodies und Damen und auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem um Airbus, um Henkel, um die EZB, Shell, Novartis, Inflation, Tesla und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier direkt auch einmal an und zwar mit Airbus. Denn Whiz Air möchte gerne weitere Mittelstreckenjets kaufen. Erkläre ich gleich, wieso möchte. Es gibt nämlich eine Kaufoption und die wird man jetzt ziehen. Diese Kaufoption besagt, dass man nochmal 75 Mittelstreckenjets des Typs A321neo von Airbus kaufen kann. Für eine da halt schon vorbestimmte Rahmenbedingungen im Prinzip. Es ist so, dass man dann die Anzahl der A321neojets verdoppeln würde. Da muss man aber dazu sagen, die Whiz Air Aktionäre müssen der Aufstockung noch zustimmen. Deswegen sage ich, höchstwahrscheinlich wird das so sein. Zumindest was man jetzt so von Experten hört, sollte das Ganze durchgehen. Aber wie gesagt, theoretisch können die Aktionäre das tatsächlich auch noch ablehnen. Damit kommen wir zur nächsten Nachricht und zwar EZB. Denn ein EZB-Ratsmitglied, und zwar genauer gesagt Robert Holzmann, hat sich jetzt nochmal zu den Zinsen geäußert. Er hat gesagt, er geht davon aus, dass die Zinsen in einem Jahr auf jeden Fall höher sein werden als jetzt. Es wird ja immer schon darüber spekuliert. Na, vielleicht Mitte 2023 werden die Zinsen wieder gesenkt. Aber es ist wohl so, zumindest das, was man jetzt auch immer hört und das, was auch die Inflationsdaten aktuell hergeben, dass das eher unwahrscheinlich ist. Er hat jetzt halt gesagt, sicherlich, also ich zitiere jetzt mal, diese werden sicherlich höher sein wie jetzt. Und das würde auch so ein bisschen dem Kurs jetzt zustimmen, dem man aktuell fährt. Die EZB könnte nach Einschätzung von Frankreichs Notenbankchef im Übrigen Ende des Jahres ungefähr ein Zinsniveau erreicht haben, was im Prinzip neutral ist, also ein neutraler Zins. Das würde dann in dem Fall heißen, dass er davon ausgeht, dass dieses Zinsniveau der Wirtschaft weder jetzt Aufschub gibt, noch einen Abschwung gibt, also weder gebremst oder angeschoben wird. Da könnte man jetzt also in nächster Zeit hinkommen. Die Zinsen werden ja aktuell dafür benutzt, um die Inflation etwas unter Kontrolle zu bringen. Und deswegen würde ich sagen, bleiben wir jetzt auch einfach mal beim Thema Zinseninflation und gehen mal nach Argentinien. Denn dort ist die Inflationsrate wirklich massiv angestiegen und zwar auf 78,5 Prozent. Man hat natürlich eine schwere Finanz- und auch Wirtschaftskrise. Insgesamt ist es so, dass die Preise alleine im August im Gegensatz zum Vormonat um 7 Prozent zugenommen haben. Das heißt also, wenn man sich das mal so überlegt, in Deutschland, das ist ein bisschen mehr als 7 Prozent, aber nichtsdestotrotz, das, was man in Deutschland, Inflation im Jahr hat, ist dort aktuell so im Monat gang und gäbe. Man geht davon aus, oder was heißt man, aber Analysten gehen davon aus, so im Schnitt, dass die Erteuerungsrate in Argentinien am Ende des Jahres bei rund 90 Prozent liegen sollte. Kommen wir mal zu Henkel, denn die haben tatsächlich sich ein bisschen weiter, ja, entwickelt. Und zwar haben sie von dem Unternehmen in Nanoramic Laboratories das Geschäft mit Materialien für Wärmemanagement erworben. Preise und so weiter gibt es dort noch nicht. Bisher zumindest wurde dort also noch nichts offengelegt. Dieses hochleistungsfähige Wärmemanagement braucht man zum Beispiel in vielen elektronischen Bereichen, egal ob in der 5G-Infrastruktur, Halbleitern, Energieumwandlung für Industrie und so weiter und so fort. Das heißt also, man hat dort doch durchaus viel Verwendung für gerade in Zukunft. Also muss man ja einfach sagen, ist ein Wachstumsfeld und da hat man dann auch für spätere Zeiten noch viel Wachstum und genau deswegen hat man diese Akquisition getätigt. Wie gesagt, Preise und so weiter oder was heißt Preise, aber die Übernahmekosten gibt es aktuell noch nicht. Werde ich dann auf jeden Fall mal nachreichen, wenn wir dort News zu haben. Dann komme ich mal zu Shell und zwar der Shell-CEO von Beuden wird am Jahresende zurücktreten. Es wird aber tatsächlich einen Chef aus eigenem Hause geben, also aus dem eigenen Haus selber von Shell. Der Nachfolger wird Will Sean werden. Ab dem 1. Jänner 2023 wird er dementsprechend seine Tätigkeit aufnehmen und auch in den Verwaltungsrat des Konzerns eintreten. Von Beuden war übrigens seit Anfang 2014 schon der Shell-CEO und wird tatsächlich dann ab dem 1. 2023, also 1. Januar 2030, nochmal bis Ende Juni 2023 als Berater für den Verwaltungsrat arbeiten. Also er ist jetzt noch nicht ganz weg. Der Nachfolger Sean ist übrigens jetzt gerade in dem Bereich Integrated Gas, Renewable & Energy Solutions bei Shell. Das heißt also, wie gesagt, er ist da auf jeden Fall mit drin und hat jetzt diese höhere Position angenommen. Kommen wir mal zu Tesla, denn die werden jetzt tatsächlich verklagt wegen ihrer führenden Werbeversprechen bei dem Fahrassistenz-Software-System. Ganz einfach deswegen, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass wohl überlegt wird, dass es eine Klage geben soll. Und zwar liegt das daran, dass die vermarkteten Fahrassistenzprogramme Autopilot und Full-Self-Driving einfach viel, viel mehr versprechen als das, was sie sind. Und genau deswegen ist es so, dass es wohl eine US-Kanzlei gibt, die von mehreren Tesla-Besitzern den Auftrag bekommen hat, Tesla zu verklagen, weil sie Tesla ganz einfach irreführende Werbeversprechen vorwerfen. Tesla hat die Öffentlichkeit beim Bewerben der Programme getäuscht. Und das geht aus der Klage hervor, beziehungsweise so ungefähr stand es da drinne. Und die Versprechen, die man gemacht hat, hätten sich, ich zitiere jetzt wieder, wieder und wieder als falsch herausgestellt. Auch wenn man Updates bekommen hat, dann ist es so, dass man einfach schlichtweg eher das Gefühl hatte, dass man Testfahrer ist, als dass das jetzt ein vollständiges, fertiges Programm sein sollte oder halt ist in dem Fall. Als nächstes kommen wir mal zu Novartis, denn die Schweizer Behörden durchsuchen die Räumlichkeiten von Novartis. Das geht zumindest oder vermutet man oder lässt sich nahelegen, eher gesagt. Denn die Behörde selber sagt, dass man ein schweizerisches Pharmaunternehmen durchsucht hat oder dort eine Untersuchung gekommen ist, während gleichzeitig Novartis gesagt hat, dass der Hauptsitz in Basel durchsucht wurde. Worum es geht, kann ich euch aktuell noch nicht sagen. Was wohl immer wieder oder was man jetzt gerade so liest ist, dass es hier um Patentverletzungen geht, beziehungsweise dass man Patente wohl unzulässig eingesetzt hat. Und damit kommen wir jetzt auch zur letzten Nachricht, und zwar zu Delivery Hero, denn es gab wohl Aktienverkäufe in der Führungsriege. Das heißt also, sowohl der Konzernchef als auch der Chief Operating Officer haben Aktien verkauft. 9,9 Millionen, beziehungsweise eine Million vom Chief Operating Officer, was jetzt das Volumen der Aktien angeht. Diese Aktien wurden zwischen 49,62 Euro, 62 und 50 Euro und 1 Cent verkauft. Viele Börsianer und Experten haben sich dazu relativ negativ geäußert und haben natürlich auch gesagt, dass was relativ klar sein sollte, dass das gerade eher ein negatives Signal ist. Man muss auch sagen, Delivery Hero hat seit Jahresbeginn rund 50% verloren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und natürlich auch zuhören und wir hören uns dann oder sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao!